Moin und willkommen zurück hier bei Kai4Future. Die Woche war wieder mega viel los. Ich werde wieder versuchen, mich ein bisschen kurz zu halten. Also Attacke. Außerdem bin ich ein bisschen heiser. Sorry dafür. Also, es gab eine ganze Menge zu tun die Woche. Also für alle irgendwie. Ich war auch ein bisschen unterwegs. Aber ich habe mir eine neue Rubrik ausgedacht, wo ich einfach nur ganz kurz ein paar Meldungen nennen möchte. Also, völlig kontextlos hintereinander weg. Das Squid Game muss man ja scheinbar gesehen haben. Darüber reden ja irgendwie alle. Und selbst mein Netflix-Account will mich immer überreden, dass ich da jetzt mal reinschaue. Habe ich noch nicht geschafft. In Abu Dhabi jedenfalls hat es ein echtes Turnier basierend auf dieser Serie gegeben. Irgendwie komisch. Ich bin noch nicht mal durch mit Haus des Geldes. Also bitte nicht spoilern. Aber naja, komisch. Kommen wir auch noch hin. Der VW-Chef Dies hat Angst vor Tesla. Zu Recht, wie ich finde. Dann gibt es so langsam Fortschritte in der Entwicklung von Medikamenten gegen das Coronavirus oder Covid-19 praktisch. Die Krankheit, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Das macht Hoffnung, dass es jetzt bald vielleicht nicht mehr nur Impfungen gibt, sondern eben auch Heilung. Dann gibt es also einen Punkt mehr, gegen den die Querdenker sein können. Und die Ampel kommt. Habe ich gerade eben noch gelesen. Die Koalitionsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP beginnen. Das bedeutet, die Sondierungen sind abgeschlossen. Die seien wohl sehr vertrauensvoll abgelaufen. Es ist ja zwischendurch auch echt wenig rausgeleakt, was da so abläuft. Ganz anders als bei der Union, was so üblich war. Jeder steckt irgendwie so ein bisschen von seinen Themen ein. Unter anderem wird es keine Vermögenssteuer geben. Aber gut. Kommen wir zu den Hauptthemen. Überschrift Linksrutsch in Mecklenburg-Vorpommern mit einem großen Fragezeichen. Julia Klöckner, aka Nestle-Jule, ist, Zitat, fassungslos, Zitat Ende, dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern mit der Linken verhandelt. Also die wollen jetzt dort wahrscheinlich eine rot-rote Regierung machen. Die CSU wiederum spricht von einem strammen Linksrutsch. Ups. Moritz Neumeyer würde jetzt sagen, das ist nicht links, das ist logisch. Weil, wisst ihr warum? Weil ihr nicht koalitionsfähig seid in der Union. Also, Mecklenburg-Vorpommern wird wohl jetzt doch rot-rot. Klar, der Vorsitzende der Linken im nordöstlichsten Bundesland mit der größten deutschen Insel war wohl inoffizieller Stasi-Mitarbeiter. Dass die Linke da echt ein Problem hat, ist offensichtlich und das wurde nicht aufgearbeitet. Das wiederum findet natürlich niemand so richtig toll, außer diejenigen, die davon geschützt werden. Aber hey, gerade die Parteien der Union, also CDU und CSU, sollten bei diesem Thema mal ganz leise sein. Also, meine Recherche zu Laschets Mitarbeit an einer deutlich verunglückten potenziellen NS-verherrlichenden und deutlich zu wenig Antisemitismus-kritischen Rede von Jenninger 1988 ist da wirklich eher ein Pups in der Geschichte. Denn wie wäre es denn mit diversen Amts- und Würdenträgern in der Adenauer-Regierung, die zuvor noch den NSDAP und teils sogar SS-Mitglieder waren? In der bewussten Besetzung von Gerichtsposten mit Ex-Nazis, damit die Dovis aus der Mordmasche von Adolf Josef und Josef mit F und Co, die sich haben schnappen lassen, um sie bei den Schauprozessen in Nürnberg zu verurteilen, die Cleveren, die sich rechtzeitig nach Südamerika abgesetzt haben, einfach mal nicht zu verfolgen und stattdessen die Botschaften ganz klar zu instruieren, dass das auch gern so bleiben solle? Hm, also, liebe Julia, ich weiß, Doppelmoral ist euer Ding, aber bitte nicht weinen. Der Spiegel zitiert sich übrigens, Zitat, das ist für das demokratische Gefüge und den Zusammenhalt der Gesellschaft ein Problem. Zitat Ende. Ähm, lass uns nochmal kurz über Demokratie sprechen. Die Menschen haben gewählt und ja, es gibt einen deutlichen Rechtsrutsch, aber hier mal wieder von einem Linksrutsch zu faseln, das ist einfach nur irre. Aber so muss sich kollektiver Machtverlust wohl äußern. Kurz-Kursrutsch in Österreich. Wie letzte Woche kurz kommentiert und erwartet, ist Österreichs Kanzler Sebastian Kurz nun doch zurückgetreten. Zumindest ein bisschen. Also, Kanzler ist er jetzt erstmal nicht mehr, aber Abgeordneter. Sein vorheriger Vize Alexander Schallenberg übernimmt folgerichtig den Posten und rettet damit die super-strange Koalition mit den Grünen. Basti Kurzi bleibt jedoch noch Chef seiner Partei der ÖVP, die irgendwo zwischen CDU in Thüringen und AfD in Nordsachsen einzuordnen ist. Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Aber andererseits, und da leuchten meine eigenen Kanzel-Culture Birnen schrill und rot auf, noch ist der Prozess gegen ihn wegen Korruption und was nicht alles nicht entschieden. Die österreichischen Zeitungen haben das sogenannte System Kurz allerdings ziemlich eindrücklich beschrieben. Kannst du hier in den Shownotes gerne nachlesen. Wer sich dabei erwischen lässt, via Medienhäuser manipuliert, dann auch noch Steuergelder für die eigene PR-Kampagne unter anderem in der Tageszeitung Österreich benutzt, Das ist einfach ziemlich dreist. Übrigens ein sehr kreativer Name für eine Zeitung. Gratulation. Herrlich war dann auch noch ein Twitterfehler, bei dem über Sebastian Kurz ihm sein Profil, der andere Tweet, von Schallenberg gesendet wurde. Natürlich vom falschen Profil. Ups. Die Online-Dazu, Zitat, Was war noch los? Jene Menge. Aber am interessantesten fand ich diese Schlagzeile bei NTV. Demnach stimmen 61% der Befragten dieser These zu. Deutschland steht vor einem Niedergang. Wow. Wow. 61%. Ganz schön krass. 88% sogar sagen, Zitat, Durch Krisen wie Corona und den Klimawandel stehen uns drastische Veränderungen bevor. Zitat Ende. Spannend finde ich natürlich, dass der Studienautor Stefan Grünewald, der ist übrigens auch Gründer des Kölner Rheingold-Instituts und Experte für tiefenpsychologische Untersuchungen, dass der halt so Typen gebildet hat, wie man mit Zukunft umgeht. Genau daran arbeite ich ja auch. Es gibt also ihm nach die Eingekapselten, die, Zitat, Zukunftsfragen am liebsten ausblendeten oder die Vergangenheit verklärten. Über die Tribalisten, deren Aktionsradius in der Nachbarschaft oder im Vereinende, bis hin zu den Missionierenden, die sich zum Beispiel dem Veganismus verschrieben. Zitat Ende. Sage ich doch immer, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Ich bleibe lieber bei meinem Aufklärertum und bringe Menschen zum Nachdenken. Und jetzt Schluss, genug gelabert, kurze Sendung dieses Mal. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund und vor allem munter. Bis zum nächsten Mal.